Heyo Leute, willkommen zurück bei TheBindingOfIsaac und ich hab dieses Item aktiviert, als ich durchgegangen bin. Ich muss echt auf die aufpassen hier. Weil ich einfach zu hektisch bin. Und bin die Reine-Reine. Alles wissen wir nicht. So. Gut, damit haben wir ein paar Fliegen. Gehen wir in den letzten Raum. Haben das geklärt. Der schießt immer nach oben. Keine Ahnung wieso. Oh, ein Herz. Ja, da könnten wir maximal Leben bekommen. Das will ich aber nicht. Ähm. Ah. Da fällt mir was ein. So. Das ist ein ganzes Herz. Kann ich das irgendwie wegbekommen? Schieb, schieb, schieb. So. Und jetzt, äh. Noch mehr. Noch mehr. Okay. So, da bin ich nur ganz nah dran. Okay, okay. Und dann gehen wir hier rein. Jo. Jojujuju. Komm her, Monstro. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Jetzt bin wir mit vier Herzen. Das ist bloß Monstro. Die Larry Jr. Brother So Ist doch auch gut erledigt Ja, da war irgendwas zerplatzt Aber nichts gesehen Okay, einer ist schon mal weg Noch einer Nichts zusätzliches Gut Dann gehen wir in Item Room Denn der ist ja noch für uns offen Ich bin mir nicht so sicher Da will ich nicht rein Ja, gehen wir hier unten Gehen wir in die nächste Ebene Auf, auf Ja, die hätten noch einen super secret room suchen können, aber Egal So, in die Deep Nines Ich würde gleich mal zum secret room gehen Spiel mal ein bisschen Ach, come on Da war wieder voll Nicht so weit außerhalb Na, kommt schon Wir müssen mal zocken als Kay Und das ist ja gut Gut Komm schon Bomben brauche ich eigentlich gar nicht Ich habe schon wieder Da liegt ja noch einer Zwölf Bomben Es sei denn Deswegen Und das ist schon wieder gut Okay Durch Zack Sehr schön So, da liegt ein Item Kann also kein zweites Item dort landen Vielleicht macht die Bombe ein bisschen Pusht ihr weg Ha Wo ist das doch Gehe da weg Da weg Bis jetzt brauche ich nicht Aber wir haben genug Um Eben noch mal zum Shop zu gehen Ja Ach Komm Echt Ich hasse die Viecher So nervig Okay Ist der alte room Okay Dass ich getroffen wurde War unnötig Für mein Ermessen So viele sind es nicht Wenn es Sieben, acht sind Dann verstehe ich es Aber so viele sind es Begeben Ja Jetzt bekomme ich Schluss Über alles Dem Minischuhen Damit ich ja noch schneller War Ei Ob das gut ist Ob das gut ist So Wann hätte ich mal Tour of Clubs endlich mal einsetzen sollen Bevor ich die Bombe benutzt hätte Jetzt ist es bleibt er hängen Der Amelary So Ah das ist eine Bibliothek Interessant So Book of Belial Obwohl Mit Damage Schon gut Das ist schon nicht schlecht So Ich denke mal da oben wird es sein Könnte aber noch fleißig suchen nach Ähm Job Der wohl eher in die andere Richtung geht Aber ich würde auch gerne den Boss jetzt erledigen Mit dem Buch Weil ich noch ein paar Aufladungen habe Und ein Chisch Und eine Bombe So Überall weg Wo man bloß in die Nähe kommt Und wir haben so viele Lebenspunkte Das geht gar nicht So nervig Besten Diagonal laufen Wenn sie so ein Springer auf einmal Oh Dann machen wir erst mal das hier Und Dann würde ich Wenn es geht Würde ich Hier machen Ja Hahaha Krass Cool Sie kommt gar nicht zum schießen So Hier noch ein Zoll hart Sehr gut Wir gehen rein Oh Den Gilsch Gegen den haben wir noch nie gekämpft Aber Den Den Wieso Was willst du jetzt antreten müssen Der Monstrum Mit So Und Schwachsinn Sehe ich jetzt aber nicht als so große Herausforderung rein Vor allem wenn er den Monstrum Selbe Problem hat wie Monstrum Ach Puh Nicht das Er Wenn er mir in der Nähe ist Versucht immer krampfhaft So Wenn er mir in der Nähe ist Versucht immer krampfhaft zu mir zu kommen Mit keinem Sprüngen Okay Hört ganz schön lange an seine komischste Zeug Das nervt ein bisschen Muss aufpassen Wo ich reintrete Lügisch Face in Papierster Basement So Damit geht das andere weg Und der macht so eine slow schüsse War das nicht so Poison damage Wie cool ist das denn Ganz ehrlich Ich find's cool Mussten wir bloß drei Soulhounds einsetzen Das ist doch Ey Hallo Die bekommen wir eh durch das Bless enorm viel Normale Lebensdinger würde ich ungern einsetzen wollen Oh ja 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 I'm lucky too Doppel luck Und dann kriegen wir greed Ja klar Vielleicht kriegen wir Steam Sale dafür Ja Bis geholt ist eine andere Frage Ey komm Ich bin so schnell Strange Gibt er mich ein volles Herz Jetzt bin ich zwar wieder großer Ach er gibt mir stimmt nur ein volles Herz für eine Ebene Und halt mich dann dementsprechend wieder Schade Gut Dann gehen wir runter Nächste Ebene Ja Machen wir Auf Auf In den tiefen zwei Ja der Sloty wirklich Slown plus Poison Wie übel ist das denn Ich glaube damit können wir Mutter ganz gut erledigen Auch wenn wir nur vier Herzen haben Sun Ja Das ist auch eine Möglichkeit sehr schnell Mutter zu bekommen Zu erledigen Und der Ankh Eternal Life Pfff Why not Ach komm Oh 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 So Ich hab's mal alle platt gemacht Ist hier irgendwas Das ist der Shop Tschüss Äh Der Bucht würde ich nicht haben Die Pille Die nehme ich gerne Teaser ab Denn Ich hab nur Gute Pille Sonst Ich könnte das Herz nehmen Gut jetzt ist das weg Ähm Da ist Something appears in the basement Hehe K Komm Holen wir uns Ey du Socken Gut Ähm Wir könnten uns auch ein volles Herz holen Können wir dran denken Im Shop cool bemühen bringt uns zum geheimen raum brauchen wir nicht dann schon und zahn ist wesentlich besser magnet dadurch dass wenn ich mal alles erreichen ist vielleicht gar nicht so schlecht so wir sind schon in tiefen 2 heißt wow das mutter bald kommt wir haben die vergiftet es lohnen kann man den wenigstens nicht stein in der mitte dann gibt die gar nicht weg den schaden bekommt die brauchen wir gar nicht die räume besuchen das schwachsinn das bringt mir nur nur ärger denke ich lieber zum mutter jetzt ganz ehrlich machen mutter zerstört wir waren böse gut wir sehen uns beim nächsten mal wieder das hat auch alles aufgeklärt hätten wir gerne können schade dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn ciao ciao